und von den münzen der absurde münzen von den münzen der lauf nicht schon wieder ich bin da gar nicht so weit auf auf ich sehe da nichts vor items und so ist auch da da kann ich nicht so nicht hoch da kein tripple drum so da würde ich auch gerne ankommen Komm ich aber nicht zumindest sehe ich jetzt nicht wie ich da rankommen sollte Aaaaah geht Das ist nicht so cool gibt mir das bringt wenig zu viel und leider feststellen So insgesamt Ich habe noch nicht das ding benutzt nein nein ich wollte nicht runter Ich glaube das zählt gerade aus verloren oder auch nicht Entering the village okay ich komme anscheinend in ein anderes gebiet durch drunter fallen das ist eine coole variante Besser als einfach tot und du sollst neu anfangen Oh What are you doing down there? Oh Ah no fall damage, okay deswegen Ich kann doch mal so Hmm now we are done wandering around head back inside and let's get back to shoot Grip plus Was ist das denn? Difficulty increase, oh woops Woops Das war vielleicht nicht im Sinn des Erfinders Oder des Spielers besser gesagt Difficulty increase Das bringt mir glaube ich mehr punkte dann am ende aber Trotz mach ich nicht was ich will Wupp wupp Hey Hinten auf mich rum schießen Nicht so geil oh Jump head Wuhu Dann Irgendwie items Ahhhh mich w&w Und double jump der Führung ohne witz kann ich jeweils von versprechenden seite ja das geht ja ich will das ist das akkündig mit random extra jump edit wu ist ein doppel spring das kaputt au 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 kritiker wird das ist ganz okay dann habe ich irgendwie eine waffe die stammen kann und langsam jetzt wenn ich in lauf an wenn der upgrade Ah, was solls? Difficulty increase Hab ich die eh schon einmal eingesammelt Kann ich's nochmal machen Das Grease Pit? What? Was ist ohne Lebensenergie hier? Zack, zack, zack Ha! Foundes Secret! Endlich mal wieder Random Random Loot Lebensenergie geht los Ja, ist einsam Dankeschön New Perk Lifeline Neue Perks Das sind immer so die Sachen, die man am Spielstall auswählen kann Aber da komm ich ja nie hin Also wir wissen jetzt nicht wie Sieht jetzt nicht so banal aus Hm Wir versuchen hier so Abschussrampen mäßig Oh Oh Wieso hab ich denn noch einen dritten Sprung jetzt? Dann hab ich den denn geholt Oh Foundes Secret Major Moose Okay, äh, cool Oh Ah Kann drüber springen Okay Irgendwie hab ich das verpennt, wo ich das gefunden hab Ich stell mir einfach davor Ist mein bekannt war der Boss Äh Das Das Den hab ich doch schon mal gemacht Hä? Au 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 Blöde Miststacheln Oh Oh Geil Spontan Bild Das glaub ich eher benutzen, als das andere gettingllt об Bomben Bomben Mongfaith Au 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 Jah Nicht. The ich Vai schon wieder runter getroffen wird verliebt man das wohl ziemlich übel auch da kam irgendwie aus der seite hat mich einfach umgeholt was der shit man ja die bedenung ist die difficulty gesteigert ganz leber 2 p's und karenpistole level 3 stunning ich kann die wechseln ok das habe ich eigentlich nicht mitbekommen äh menu so jetzt habe ich in der collection ein paar neue sachen shots fired robots killed huge robots loaded record lifespan 48 minuten best run 5 stages complete 16% slow time bullets oh god ich habe das komplett falsch gemacht ja gut das war es dann erstmal danke fürs zuschauen und bis bald bis bald bis bald